guten abend und herzlich willkommen zu der nächsten arena runde wir haben nebenher noch ein bisschen so gespielt damit wir noch gold haben und die nächste arena runde also los gucken wir kommen perfekt diesmal nehme ich doch kommen wir nehmen diesmal die magierin zack so nehmen wir den blomanden die verwandlung den gleichversinnigen bul hm 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 gonna holen wir haben er da noch einen frühen spotter ja nehmen wir noch einen frühen spotter mit wird mich wahrscheinlich erschlagen dafür Ich mache den Amani-Berserker mit. Ich gehe in Borgen. Ich mache gerade die Intelligenz, ein bisschen Kato. Kommen wir zu uns jetzt auch wieder in den Spielgestalt. Die ist halt... Die letzte Ausbildung an. Was habe ich damit da? Ah, den Feuerball ist echt schade. So. Nehmen wir nochmal den Ghoul? Ja komm, wir gehen nochmal hin. Ähm... Er, ja, die Lacher. Schön billig. Den Managam. Den Lacher von Silbermond. Mhhh... Mhhh... Noch mal die kleine Intelligenz. Ingenieur-Slogging, oder machen... Ach komm, ich nehme noch eine Verwandlung mit. Oh, da sind wir schon bei der letzten Karte. Puh 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 puh. Was nehmen wir denn? Pyro-Sharp und Merlock ist doch blöd. Ach komm wir nicht mal den Berg fliegen, wir wollen ja noch ein bisschen spielen. Ah ne, wir sind ja erst bei Karte 9. Na gut. Dann hier neben noch mit dem HCR5MH. Nochmal, nochmal, nochmal. Hier noch einen Spotter mit. Nochmal den Worgan. Flammenstoß, ganz wichtig. Immer nochmal den Drachenfalken mit. Mhhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm. Ist natürlich auch ne geile Wach mal Eisbein. Nehmen wir mal mit. Kleine Wette nicht dafür auch her schlagen. Nehmen wir auch noch mit. nun können oder das quatsch nun ja Ja, was nehmen wir da mit? Den Wall, den wir machen. So, letzte Karte. Wie bin's hier so schön? Zack. Na, mal gucken. Nicht so viel Zauber, wie ich dachte, hoffte. Ja, Deck ist wahrscheinlich super kacke. Bei euch schon wieder ein Mager, hätte man vielleicht auch den über den Jäger nehmen können. Da halt ein bisschen mehr Spielpraxis. Aber darum geht's mir. Ich zeige euch ein paar Kommentare, dass meine Plays nicht so gut sind, meine Trails nicht so gut sind. Aber genau, darum geht es nicht wirklich Profi-Spieler werden. Ich möchte die Zuschauer unterhalten. So. Alles klar. Nur mit dem Berg fließen wir aber nicht. Hinter um dem Morgen können wir auch wegmachen. Was kommt? Ah, schön. Der Feendrache und der junge Drachenfalke. Der Feendrache ist ein super Start, kann man nicht sagen. Der fehlt mir gut. So. Ich bin mal aus. Wenn er jetzt nicht spielen kann. Ah, gut. Jetzt spielt er den Totem. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ich könnte natürlich auch gleich einen Borg spielen. Ah ne. Komm. Wir machen mal was. Ich kann nicht gucken. Zack. Der hat ja einen Windzone. Erstmal direkt. Jetzt ist unser Trainer. Wir machen unseren Bruder mit auf. Perfekt. So. Was machst du jetzt? Juta Ripper. Erstmal. Wie ein Tachsang. Glaubt sich so. Oh. Den will jemand zaubern oder wie? Wie will er etwas zaubern? Ich frage mich. Die müssten wir auch schon rausnehmen, wa? Die müssten wir auch schon rausnehmen, wa? Die müssen wir rausnehmen. Ja. Das ist nicht alles übrig. Ähm. Ich möchte nicht, dass er hier noch kleine Zauber jetzt unterratert. Vielleicht nicht der beste Trailer, aber Board Control. Das ist nicht so. Wie geht. Mhm. 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 Den nehmen wir mal. Komm, wir spielen den Blumatel. Okay. Machen direkt den Schaden. Warten wir mal. Komm, der Hunger hat ja jetzt mal langsam spielen. War noch nicht viel zu sehen von ihm. Aber wir werden mal den Feuerball vorbereiten. Natürlich mit dem Pyromanten jetzt nicht so praktisch, weil er viele Bienen da hat. Mhm. Okay. 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 Es geht um den Schweigen. Waren wir den ausnehmen, ja? Okay. Waren wir raus. Ist ok. Können wir mitlegen. Ok, jetzt bin ich auf. Gut, ok, 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 ok. So, dann nehmen wir alles raus. Zack. Die Nacht war Sabina, das heißt der Mutter. Und nun haben wir wieder die Boxkontrolle. Jetzt können wir den Feuerwehr spielen. Oder schieben wir da einfach nur. Sollte ich jetzt den Feuerwehr spielen? Vorher das Ding wegmachen und den Feuerwehr spielen, dann ist der natürlich tot. Aber... Ich frage mich, ob... Nein. Komm, wir machen das so rum. Das kann ich nicht so rum. Ach, nur noch. Ach, der hat doch Winter. Pass doch auf, du Idiot. Meine Güte. Ja, 0.27 Uhr, was will man erwarten, ne? Aber das ist doch elementar, wenn ich den schon so auf dem Deck habe. Weil ich da ein bisschen drauf achte. Nein, 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 nein. Na gut, Zwischenstand. 3 Silinkpunkte zu 15. Wollen wir den füttern? Wollen wir den mal füttern, ein bisschen? Wollen wir den rausnehmen? Warte, den machen wir einfach mal. Den machen wir einfach mal. Was soll ich machen? Ja, das kann ich mal so... So. Mhm, mhm. So, und jetzt vergessen wir den aber nicht. Zack. Jetzt nimm ich noch einen ins Gesicht. Ich würd's auf 6. Denk mal, das war's für ihm. Da wird nicht mehr viel kommen. Das haben wir schon mal mit der Augen gut gespielt. Panischer Kodo, ok. Da braucht man die Hand. Ähm... Und da gibt er schon auf. Ja, Ripper, war unerwartet gut von mir. Trotz der Fehler im Gameplay an sich. Ich meine, die Runde ist an sich gut gelaufen. Kann so weiterhin in unsere Arena gründen. Aber wir werden sehen. Bis demnächst, tschüss.